Hi! Hast du schon mal etwas vom Gesetz der Anziehung gehört? Du wunderst dich, warum gerade du dieses Video in diesem Moment siehst? Ich kann dich sehr gut verstehen, so ging es mir damals genauso. Bist du derzeit vielleicht unzufrieden mit deiner persönlichen Situation, vielleicht mit deinem Freundeskreis, mit deinem Partner oder Partnerin oder sogar mit deinem Job? Dann herzlichen Glückwunsch, hier bist du vollkommen richtig. Wir haben die Lösung für dich. Hi! Bist du auch an einer Veränderung in deinem Leben interessiert? Kennst die Möglichkeiten aber noch nicht? Bist du schon mal auf Network Marketing gestoßen? Weißt aber nicht wie und wo du anfangen sollst? Dann haben wir ein exklusives Angebot für dich. Die Rede ist von iMarketsLive, einem revolutionären Produkt- und Dienstleistungs-Network mit mehreren Einkommensquellen, alles aus einer Hand. Ja, iMarketsLive, warum ist iMarketsLive für uns so interessant? Und warum könnte es auch für dich so interessant sein? iMarketsLive ist seit 2013 am Markt und wurde bereits von der Finanzaussicht geprüft. Das heißt, wir haben es hier mit einem geprüften Unternehmen zu tun, was bereits seit 2013 am Markt ist. Somit können wir auch sagen, wir haben es hier mit einem langfristigen Unternehmen zu tun. Und wir haben hier drei Möglichkeiten Einkommen zu erzielen. Und zwar einmal durch das Partnerprogramm von iMarketsLive, einmal durch das Partnerprogramm von unserem empfohlenen Broker Hot Forex und einmal durch das Investment. Und dadurch, dass das Investment beim Broker ist, haben wir hier maximale Transparenz und auch maximale Flexibilität. Das heißt, hier haben wir jederzeit Zugriff auf unser Geld und können hier langfristig mit einem sehr, sehr interessanten Konzept langfristig zusammen Gas geben und Geld verdienen. Hast du schon mal was vom Trading gehört oder hast du sogar schon mal selber getradet? Kommen wir nun zu den Swipe Trades, das sind die Experten-Signale. Das heißt, ihr bekommt täglich Push-Benachrichtigungen von einem Profitrader von iMarketsLive. Diese Signale könnt ihr 1 zu 1 per Copy & Paste in eure App integrieren und könnt so live an der Börse partizipieren. Der Aufwand wird mit 5 bis 10 Minuten täglich deklariert, um so auch wirklich den Lerneffekt hochzuhalten. Ja, nochmal grob zusammengefasst, ihr bekommt Push-Benachrichtigungen auf euer Smartphone per Copy & Paste in die App und ihr könnt 1 zu 1 mit eigenem eingestellten Risiko an der Börse teilhaben. Jetzt kommen wir zum Harmonic Scanner. Der Harmonic Scanner gibt dir gewisse Trendwendepunkte, Pattern nennen wir es, also harmonische Muster, daher auch der Name, mit einem Entry, mit dem Stop-Lost und drei Take-Profits. Die FX-Signals Live sind Trader, die im Long-Term-Bereich arbeiten und mit wenig Risiko den Broker-Card monatlich zwischen 5 und 10% vermehren. Eines der neueren Produkte ist iMarkets Live TV. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit Profitradern zu interagieren. Ihr könnt ihnen Fragen stellen, ihr könnt beim Traden zuschauen, ihr könnt die Trades sogar selber nachmachen. Solltet ihr eine Aufwand verpassen, können sie im Bereich Recordings jederzeit nachschauen. Der zweite Auto-Trader ist der Fusion-Trader und die Arbeit im Hochfrequenz-Handel. Das ist so die Königsdisziplin im Daytrading. Im Durchschnitt werden hier monatlich 30% Rendite erwirtschaftet und vor kurzem hat sogar ein neuer Fusion-Trader in einem Monat 80% Brokerwachstum geschafft. Also in diesem Bereich ist wirklich alles möglich. Jetzt kommen wir zur IML Academy. In meinen Augen das beste Produkt. Hier kannst du lernen vom Anfänger bis zum Profi alles mit dabei. Denn was ist besser, dass du das Brötchen backen kannst oder dass du das Brötchen kaufen kannst. Und jetzt etwas mit maximalen Lerneffekt von dem CEO persönlich Christopher Terry. Die Daily Swing Trades. Das heißt, ihr bekommt eine E-Mail, es wird fast täglich geschehen. Deklariert ist es drei bis fünf Mal die Woche. Ihr bekommt eine E-Mail von ihm, wo er anhand eines kurzen Videos mittels dem Harmonik-Scanner Verläufe analysiert, euch mitnimmt auf die Reise, warum etwas passiert, wie etwas verlaufen kann, um so wirklich, wirklich das Maximum an Lerneffekt rauszuholen von ihm persönlich. Kurzes Video am Harmonik-Scanner die Verläufe eins zu eins erklärt für maximalen Lernerfolg. Nutze all die eben genannten Vorteile der Softwarekomponenten. Empfehle die Produkte ganz einfach deinen Freunden und Bekannten weiter. Baue dir ein Team auf und partizipiere langfristig vom starken Marketingplan. Los. Get to and be free. Zeige zwei deiner Freunde die Kraft dieser Produkte und bekomme deine gratis. Oder aber du baust dir dein eigenes Team auf, wo, wie und vor allen Dingen mit wem du möchtest. Wir werden dich dabei an die Hand nehmen. Somit nehmen wir dich an die Hand, zeigen dir, wie du mit Hilfe der ganzen Tools und Informationen von uns dein eigenes, passives, langfristiges Geschäft aufbauen kannst. Alles, was du tun musst, ist, diese auch in Action umzusetzen. Sprich mit deinen drei besten Personen, deinen drei besten Geschäftspartnern und zeige ihnen wiederum, was sie umsetzen müssen. Kannst du diese schon wieder von drei zu jeweils drei weiteren duplizieren, hast du schon ein monatliches passives Einkommen von ganzen 600 Dollar. Leute, wir haben euch bereits zwei Einkommensströme vorgestellt, womit ihr euch ein passives Einkommen aufbauen könnt, um somit einfach leichtes Leben zu nehmen. Und dann doppen wir noch den dritten Einkommensströme. Das Partnerprogramm unseres empfohlenen Brokers Hotforex. Hotforex bietet uns hier bis zu 60% aller Netto-Spreads. Okay, was heißt das? Das heißt, wir kommen zwischen 5 und 10% aller Gewinner unserer Download. Und das bis in die zweite Ebene. Also bei uns tat es sich doppelt aus, sich ein Netzwerk aufzubauen. Klingt interessant, oder? Falls auch du was aus deinem Leben machen willst, dann zögere nicht. Komm mal gut zu Lernab Financial Freedom!